Hallo und herzlich willkommen bei meinem Kanal. Heute machen wir mit meinem Bruder Topmodel. Ja. Ich zeig es euch mal. Warte. Ich zeig es euch mal. Das ist mein Topmodel. Das ist mein Topmodel. Und ja, das sind alle Sachen, was ich brauche und was meine Bruder braucht. Das nicht. Nein. Ja, das hast du nicht. Egal. So, ich zeig es euch mal, was wir brauchen. Ich mache jetzt das da, wo ist mein Bild. Ich mache jetzt das gleiche, aber nur mit so Blättern oder was heißt. Ich habe auch mit Stickern und ich habe auch so mit Dings da. Aber ich mache das da. Und ich habe auch Buntstifte. Dafür mit Haaren. Egal. Ich mache das gleiche, aber nur ohne die Haare. Ich male die Haare. So, wir haben Plakate. Das sind die Plakate. Ich nehme, ich zeig es euch mal, was ich nehme. Ich nehme das da, dieses T-Shirt da oben. Das da nehme ich. Und diese kleinen Hosen. Und ich suche mir, was ich für so eine bunte Dings da nehme. Mal, was nimmst du denn? Ja, ja, ja. Wir haben auch eine Lineal. Ja. Ja. Und eine Uchostik. Eine Uchostik. Und da manche so, wie heißen das? Äh, ich zeig es euch mal. So, so manche Dings da. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen, aber ich glaube, ihr weißt es. Aber jetzt ist es egal. Und auch Schere. Das, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses T-Shirt mache. Und dann muss ich das aufschneiden. So. Wir haben noch da Buntstifte für meine Haare zu malen. Komm jetzt, Adi. So, wir fangen jetzt an. Darum. Let's go. So, ready. Let's go. So, ich fange mal mit das da an. Ich suche mir jetzt erst eine Plakate. Welche Plakate nimmst du denn? So, ja. Ich heiße nicht, wie ich... Aha. Zamen trafam 2. Zudschung, ja, schon rauszuwam 2. Epsi. Oh mein Gott. Egal. Was ist gemacht worden? Äh, ich hab das gestern so gemacht. Wir schauen, dass das für die... Aber jetzt machen wir mal los. So. Äh, äh, äh... Ich weiß, was ich nehme. Äh, äh, ich nehme... Oh, mal zu sichern. Ich nehme die dann für das T-Shirt. So, für das T-Shirt. Das ist so ein, äh, Kleid. Das ist so ein Kleid, aber ich nehme nur das T-Shirt da oben. Juka! Darum mache ich das jetzt so. Und ich nehme, warte, die andere Plakate, die andere, so mal, ging's da. Nehme ich jetzt das weg. So, ich nehme jetzt Beispiel, äh, das da. Und ich mache jetzt das T-Shirt. So, ich bin jetzt fertig mit meinem T-Shirt. Ich zeig's euch mal. So, ich mache jetzt fertig. Schau mal. Das T-Shirt. Ich schneide jetzt das. Und die Hose, weiß ich nicht, was ich... Aber ich schneide mal das da. Eine Bussche, Mann. Schau, Breitenkopf. Eine Papa redet, wie ihr redet mit einer Oma. Ja, mit meiner Tante. Nein, Oma. Egal, wir schneiden jetzt das. Komm, mach weiter. Check. So, ich freue mich sehr, das Bild zu sehen. Aber ich freue mich sehr, auch ein Video mit euch machen. Darum mache ich es heute. So, ich bin fertig. Das ist so ein T-Shirt. Aber es ist so süß. Egal. Ich kann das auch umdrehen. Ich kann auch so lassen. Oder da so. Aber ich nehme das da so, weil das ist so schön. Als die Asante. Zumal mein Bruder hat das auch gleiche wie... Ich habe das in rosa und mein Bruder hat das in blau. Oh, gut gemacht. Oder? Ja. Daumen nach oben. Und aktiviert die Glocke. Meine Bruder hat jetzt blau genommen. Und auf andere Seite ist es schwarz da. Egal. Möw, dadип ... ... So, das ist mein Tuchbordel. Ich mache jetzt das mal auf und zeige es euch mal, wie es in China so aussieht. Da gibt es die Menschen. Und das heißt, ich nehme mal einen Mensch. Ich nehme mal einen Menschen. Ich habe jetzt diesen Menschen genommen. So, das bin ich. Ich mache mich selbst. So, jetzt klebe ich das. Aber ich weiß nicht, wie ich das kleben, weil da... Wie soll ich euch jetzt sagen, dass... Leute, ich weiß jetzt, was ich mache. Ich schmeiße das weg und ich nehme etwas anderes, weil das ist so klein. Und da auf diesem Platz geht es nicht. Darum, das weiß ich nicht. Das ist so klein. Ich nehme etwas, was ich mache. Ich nehme etwas, was ich mache. Ich nehme etwas besser. Hm, Leute, was soll ich nehmen? Hm. Ich nehme das an. So, da gibt es so Kleider. Oder T-Shirts. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich nehme. Hm. Ich kann das auch anmalen. Aber ich will nicht anmalen. Ich bin auch fertig, Schatz. 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 Äh. So, Junka, wie soll ich das machen? Ich möchte das wegschmeißen. Aber ich glaube, das nehmen wir. Ich nehme ein schwarzer Rock. Und etwas schwarzes nehme ich auch. Weil so bunt. So, nicht bunt, aber ich nehme etwas so bunt-schwarzes. Oder Beispiel. Oder Beispiel. Diese Farbe nehme ich für T-Shirt. Das ist meine. 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 So. So. Ein Rock. Ein Rock nehme ich. Darum nehme ich jetzt diese orange Farbe. Und ich... 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 Da... Da gibt es auch diese Rock. Schau mal da diese. Aber ich schau mal das andere Rock. Gibt es da Rock hier oder nicht? Mal zu sehen. Nein. Da gibt es keinen Rock. Auf jeden Fall. Da gibt es keinen Rock. Darum nehme ich sie an. Aber diese. Bitte sie ist. Okay? Okay. Also ich... Auf jeden... Paaar.. Aber ich finde ein Rockrio. Und darum... Vertrauen zu sehen. Äu.... Die sind immer... Die sind immer... Moint. Äu... Oh. Die sind immer noch Dech. Dech. Ich nehme dich. Erstes lag um die Wälder. So Leute. Oder ich weiß was ich nehme. Ich nehme... So wie heißt denn das? Schaut mal, ich nehme... Ich zeig's euch mal, wartet. Oh, der Leprom. Ich habe das Leprom. Ich nehme... Das brauche ich nicht. Ich nehme keinen Rock, ich nehme etwas anderes. Nur weil es heute sehr müde ist. Das stimmt auch. So, ich nehme es. So, wie heißt denn das? Oh Mann, elf Gottes. Hm, Leute. Ich weiß nicht, was ich nehme. Ich weiß nicht, was ich nehme. So, aber ich schau mal, was ich nehme. Ich schau und dann... Ja. Mein Bruder klebt es nur. Egal. So Leute. Ich weiß jetzt, was ich nehme. Ich nehme, warte mal. Das ist weg. Ich nehme, ähm... Okay. Ich nehme diese, das und das. Ich nehme... Ich mache einen zweiten Teil. Das ist das erste. Tschüss. Daumen hoch, die Glocke und... das ist das... Ich nehme, das ist das, das ist das... Das ist die...